Endspiel des Geldadels Zweiter und letzter Teil Trump gegen Sors Weitgehend sind schon die Vermögen der Lohnabhängenden von dem Geldadel abgezapft worden. Nun beginnt die Abzapferei der Millionäre und Multimilliardäre untereinander. Internationales Großkapital gegen nationales Kapital Das drückt sich z.B. aus im Kampf von US-Präsident Donald Trump gegen George Soros. US-Präsident Donald Trump mit seinen Hotels mitsamt der Tea Party Verkörpern das nationale Kapital Wogegen George Soros mit seinen internationalen Anlagen Das internationale Großkapital vertritt Als Blockwart der Wall Street erledigt er die Drecksgeschäfte Für die Rothschilds, Warburgs und Rockefellers Mit ihren mehrstelligen Billionenvermögen Manche denken, dass dieser Kampf nur für das Publikum inszeniert ist Zum Schluss würden die Rechten von Trump, AfD, Le Pen, Gerd Wilders bis FPÖ auch versagen Und Rockefeller würde dann außer dem Zauberhut die neue Weltordnung hervorzaubern Nein, nur eine Inszenierung, das denke ich nicht Dazu ist es viel zu spät und der Kampf von Soros würde nicht so verbissen geführt werden Er hat immerhin gegen den Wahlsieg von Trump eine Milliarde Dollar gewettet und verloren Das ist ein echter Kampf Nach der Wahl finanzierte er 50 Frauengruppen, die gegen Trumps Sexismus demonstrierten Dieser Kampf wird auch weitergehen Da die Milliardäre untereinander sich jetzt fetzen Eröffnet das der Arbeiterklasse die Möglichkeit Ihre Forderungen mit weniger Widerstand durchzusetzen Als erstes hat sich das bei der südamerikanischen Arbeiterklasse gezeigt In Argentinien und Brasilien hat es der Wall Street nichts gebracht Ihre neoliberalen Politiker dort einzusetzen Im Gegenteil Seitdem Maurizio Magri und Michel Themer Lenk 1 dort regieren Zitat aus der Linken Zeitung Statt das fiskale Defizit zu reduzieren Begann Magri die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen Um die Unzufriedenheit der Massen über die dreifache Erhöhung Der Nebenkosten und Verkehrsmittel Die Massenentlastung und die Senkung der Pensionen zu lindern Zitat Ende Genauso bei Michael Themer Wieder Zitat aus der Linken Zeitung Link 3 Der Held Michael Themer und seine Argonauten Die von der Wall Street ausgewählt wurden Um Brasiliens Ökonomie zu privatisieren Um eine Golden Morgenröte für das Finanzkapital einzuleiten Haben jetzt alle Strafanzeigen Verhaftung und lange Gefängnisstrafe zu befürchten Wegen Geldböche, Bestechung, Betrug, Steuerhinterziehung und Korruption Zitat Ende Seitdem Magri die Regierung stellt Sind sich alle Gewerkschaften bei den Terminen einig Und es vergehen keine Wochen mehr Ohne Demonstrationen Das wird schnell auf Frankreich und Griechenland übergreifen Wenn die Bevölkerung merkt Dass die Bourgeoisie über ihr Verhalten zu Trump gespalten ist Wird es kein Halt mehr geben Mit Trump hat das Endspiel begonnen Trump ist das Endspiel Als nationaler Kapitalist Wird er unabhängig auf internationale Verluste Nur die nationale Wirtschaft voranbringen wollen Und dabei auf die internationale Arbeitsteilung verzichten Und Zollschranken einführen Dies führt zwingend dazu Dass immer mehr Regierungen Den Protektionismus Video Link 4 Nachmachen werden Eine Protektionismus Spirale in Gang setzen Und fast alle Länder werden am Schluss Nur im eigenen Inland verkaufen 1931 Da hatte in den USA Der Protektionismus dazu geführt Dass die Wirtschaft auf ein Drittel zurückging 1929 Erst die Sparpolitik Das was wir jetzt in Griechenland haben Und dann das Der Welthandel ging um zwei Drittel zurück Na dann Prost Trump will 30% Einfuhrzelle Auf die Autos erheben Setz dann niemanden zu einem Beraterstab Der die Geschichte von 1929 bis 1932 kennt Und ihn davon abhalten will Ihnen Kenntnis Die Wall Street hat Donald Trump in die Falle gelockt Weil sie weiß Dass in der Produktion im Durchschnitt Keine Gewinne mehr generiert werden Wird es keine wesentlichen Investitionen mehr geben Die Weltwirtschaft ist zum Stillstand gekommen Alle Staaten sind jetzt offnungslos überschuldet Keiner treibt mehr die Weltwirtschaft an Die Banken stehen vor dem Crash In der zweiten Hälfte von 1917 Wird er so und so zum großen Finanzkirch kommen Da hat nur Trump als Buhmann wählen lassen Weil sie wissen Dass er Protektionist ist Und dass er mit seiner Zollschrankenpolitik Und dem Nationalismus Den Karren wie 1932 Abrupt gegen die Wand fahren wird So denken sie Dass sie dann ihre Globalisierungspolitik Ungestörter fortsetzen können Aber dazu wird es nicht mehr kommen Der Crash wird sowieso kommen Und dann wird die Selbstverwaltungsbewegung Unertfacht weitergehen Die unabhängigen Marktbeobachter Rechneten sowieso damit Dass in der Zukunft Der gigantische Supercrash kommen wird Titel Zitat Egon von Greyerz Der Weltschub nähert sich rasant Link vom Titel Zitat Dirk Müller Börsenrallye im ersten Und Grech im zweiten Halbjahr Link sechs Dazu jetzt auch noch Die Strafzölle des Protektors Dann werden bei dem Supergrech Die Selbstverwalter Im Schutze des Streits Zwischen den nationalen Und dem internationalen Kapital Ihre Bewegung Passiv ausweiten können Eines Tages Wachtbaron rutscht auf Und alle Betriebe Sind in Selbstverwaltung Norbert Neltscher Internationalen Sozialisten